Der nächste ORF Tirol Skitag in der Skiwelt Wilder Kaiser Brixenthal am Samstag, den 16. März. Auf die Piste mit den jungen Zillertalern. Und genau so lassen wir den Schneestauben in der Skiwelt Wilder Kaiser Brixenthal beim ORF Skitag. Zuerst gehen wir Skifahren und lassen uns die lässigen Pisten zeigen. Ein paar Hütten wollen wir natürlich auch sehen. Skifahren, Snowboarden, die Sonne genießen und Après-Ski mit DJ Alex und der ORF Tirol Hitbox. Und dann, wenn man zum Alpengasthof hoch soll, da besucht man den DJ Alex mit seiner Hitbox. Und natürlich auch mehr werden die Stimmung sagen. Alle Informationen zum Skitag und ihre Gewinnchance im Internet unter www.tirol.orf.at Wir sehen uns beim Skitag und Freilichserfänge! Vielen Dank!